Ja, hey Leute, MrSemtex hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Emblem-Tutorial von mir. Und zwar bin ich nicht so der Profi da drin, aber ich und Fabio und noch ein paar andere aus dem Kleinen haben uns gestern gedacht, okay, es ist mitten in der Nacht, Doppel-EP, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach ein bisschen Emblem-Basteln. Und ich kam auf die Idee, mir einen SNES, also einen Super-Nintendo-Controller zu basteln. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich den so gebastelt habe. Und wenn ihr Bock habt, ihn nachzubasteln, könnt ihr das gerne tun. Gehen wir mal auf die Baracken und schauen die einfach mal rein. Denn, wie ihr sehen könnt, hat der auch Kabel. Und zwar habe ich auch damit angefangen, ich habe mit dem Layer hier angefangen als Kabel erstmal. Blinkt der dann so schön auf hier. Dann habe ich die Schulter-Tasten gemacht, weil die liegen ja noch hinter dem eigentlichen Controller. Die habe ich mit diesen komischen Ecken hier gebastelt. Dann die erstmal zwei weiße Kreise für die Controller-Grundform. Genauso hier die dicken Balken erstmal. Einfach nur, dass ich hier diese Grundform erstmal habe. Habe dann diesen grauen Kreis gemacht. Und als ihr den grauen Kreis schon mal hatte, habe ich erstmal hier diese Untergrund-Dinger für die Buttons gemacht. Dann die Buttons als solche. Ich wollte erst noch die Buchstaben mit dazu machen. Habe mich dann aber da entgegengeschrieben, weil es einfach scheiße aussah. Dann Select und Startknopf. Dann habe ich hier im Prinzip ein dunkler Kreis. Habe ich hier hin gemacht. Ein dunkler grauer Kreis und dann ein heller grauer Kreis, der einfach nur so ein ganz, ganz Ticken kleiner ist, dass ich halt diesen leichten Rand hier habe. Habe ich dann gebastelt. Dann halt das Steuerkreuz. Den kleinen Kreis in der Mitte. Diese Dreiecke auf den Dingern drauf. Und das ist es dann auch schon. Ist ein sehr simpel gemachter Controller. Von der Farbe her hat der Controller als solcher. Weil ganz weiß sieht nämlich auch kacke aus. Kann ich mir mal zeigen. Bei Color Picker. Das ist nämlich einmal dieser Grauton hier. Der dritte von unten. Die späteren Sachen sind zum Beispiel mit diesem grau gemacht. Das ist zum Beispiel dieser Kreis gemacht. Und die Selectknöpfe sind dann nochmal ein Ticken dunkler. Nur, dass ihr da mal auf dem Stand seid. So, das stellen wir wieder ein. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mal von euch gerne mal wissen, was hättet ihr mal gerne als Embleme gebastelt. Ich sage mal, es ist ja im Prinzip alles möglich. Ich habe momentan echt Bock, da so ein bisschen was zu basteln, zu tüdeln und zu muddeln. Wäre aber ganz cool, wenn ihr, bevor ihr jetzt etwas hier reinschreibt, was ihr gerne als Emblem hättet. Ja, dem Siding habe ich aus einem Tutorial bei YouTube nachgemacht. Und das sind einfach so ein paar kleine Embleme. Bevor ihr jetzt groß reinschreibt, was ihr doch alles gerne hättet und bla bla. Schaut bitte vorher mal auf YouTube nach, ob es da nicht schon ein Tutorial von gibt. Weil dann seht ihr auch im Prinzip da, wie das in der Emblemform aussieht. Und da könnt ihr dann einfach im Prinzip euch mal überlegen, irgendeine Comicfigur, die ihr cool findet. Irgendwelche Firmen-Logos-Embleme oder wie hier zum Controller oder sowas. Vielleicht bastel ich auch mal einen Xbox-Controller oder einen Playstation-Controller oder so. Keine Ahnung, einfach mal schauen. Ich würde mal sagen, Leute, ich bin raus an der Stelle. Ich hoffe, euch gefällt mein kleiner Controller. Könnt ihr auch mal reinschreiben, was ihr so kritiktechnisch davon haltet. Bis denn. Tschödelü. Euer Mr. Semtex.